Laut Informationen der BILD bleibt Philipp Max der Eintracht aus Frankfurt wohl auch über das Ende der laufenden Saison hinaus erhalten. Die Eintracht hatte ja schon im Zuge der Ende Januar vollzogenen Laie bestätigt, dass der Wechsel dauerhaft wird, wenn gewisse Vertragsparameter erfüllt werden. Und genau dies ist nun der Fall gewesen mit seinem sechsten Pflichtspieleinsatz. Und somit hat die Eintracht eben sich seine Dienste gesichert und das Ganze ist halt auch ein extrem krasses Schnäppchen. Denn die Kaufpflicht beträgt 2 Millionen Euro, sein Marktwert sind 6 Millionen Euro, also allein deshalb ist es schon ein absolutes Schnäppchen. Aber er hat sich auch extrem gut eingelebt, wirklich besser als ich erwartet hatte, ich war ja schon so ein bisschen kritisch. Klar für den Preis lohnt es sich auf jeden Fall, dachte ich mir damals, aber ob er wirklich an seine Augsburgleistungen anknüpfen kann, fand ich schon so ein bisschen fraglich. Aber er passt wirklich gut rein in das System, harmoniert weiterhin mit Götze wie schon in Eindhoven. Und deshalb ist es auf jeden Fall ein richtig guter Transfer für die linke Seite, auch wenn ich es zuerst nicht so erwartet hätte. Der neue Vertrag von Max in Frankfurt soll dann eben bis 2026 zunächst laufen und somit ist man dann denke ich für die nächsten Jahre doch schon recht gut für die linke Außenbahn aufgestellt. Er ist mittlerweile 29 Jahre alt, aber ich denke der kann da doch schon noch das ein oder andere Jahr auf Topniveau spielen. Und da muss man einfach auch mal Respekt zollen, wirklich gut gelöst von der Eintracht im Winter. Man hat ja im Sommer sich so ein bisschen verzockt mit Pellegrini und wenn man jetzt dessen Leistungen mit denen von Max vergleicht, dann hat man sich da wirklich gut verbessert und das Bestmögliche rausgeholt, was man konnte, wenn man jetzt nur die Wintertransferphase betrachtet. Ich wollte jetzt einfach mal die Info mit euch teilen, normal kommen hier ja nur so längere Videos, wo ich dann näher drauf eingehe und die ganzen Transfers analytisch betrachte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da für mehr und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!